Ein toller Schuss aus der Distanz, da muss man ja kein Fan sein, um das anzuerkennen. Unglaublich, wie sie ihn da machen lassen, als wüssten sie nicht, dass er aus der Distanz gefährlich ist. Ja, sowas wollen wir hier sehen, das ist Fußball. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive.